Hallihallo, ihr slimigen Clownies da draußen zum zweiten Part von unserer Staffel 2 von SlimeRangers. Ähm, ja. Ich habe hier schon wieder ein neuer Auftrag. Können wir auch gleich mal gucken, was das ist. Victor Humphreys, bitte akuitiere das Folgen für kühlkünftige Forschung. Besten Dank. Also, er braucht fünf Leuchties, sechs Steins und sechs Kitties. So. Oh, Alter. Könnte man... Könnte man einsaugen? Das ist echt toll, ja. Ich muss die mal fix abgeben. Dann können wir mal das Zeug suchen für den anderen. So, Money. 400. Sehr schön. Geld kommt zu mir geflogen. So liebe ich das. Okay. Zack. Wunderbar. Ja gut, dann gehen wir mal den Salzzeug suchen. Die fünf Leuchties kriegt man jetzt nicht, aber die Katzen könnte man vollkriegen und die Steine. Nein. So. Was bist du denn? Nein, was war das denn? Hättet ihr reich oder stüppern Schleim? Oh, leil. Fünf Stück braucht er, ne? Zack. Fünf. Noch fünf Katzen. Goldblorz. Goldblorz. Das hatte ich ja noch nie. Da. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Zwei Stück noch. Da sind nur normale. Da ist ein Riesen. Ich verfüge da in einem Hangengenal, der es weichst, wenn du etwas mehr hast. Okay. Äh, hier ist keine Katze dabei. So, dann gehen wir mal weiter. Du kommst her. Nein. Mietz. Äh. Das sind Hühner. Die brauche ich nicht. Ich brauche noch eine Mietz. Mietz, 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 Mietz. Komm zu Papa. Äh. Da. Mietz. Ja, so viele will ich nicht. So. Okay. Okay, haben wir. Können wir uns ja eigentlich mal überlegen. Ich freue mich, was der Goldblorz jetzt wert ist. Hm, 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 hm. Eigentlich könnte man jetzt auch mal gucken, dass man hier, ähm, uns ein bisschen jetzt mal schon wieder ein bisschen was ranbauen. Wir haben jetzt schon wieder das Silo. Das Silo haben wir jetzt schon. Wir haben eine Hühnerfarm. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier gut Geld, was wir bekommen dadurch. So, du kriegst den Kram jetzt. Zack, 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 zack. Ach, sechs. Okay, dann brauchen wir von jedem noch eins. Und. Oh, 300. Tschaka. Auf jeden Fall, wie gesagt, da könnten wir uns mal eigentlich mal Gedanken machen. Das ist alles ein bisschen schneller wächst hier. So, ich brauche noch eine Mietz und noch einen Stein. Ich meine, dabei sind wir das Geld hier gleich mit. Das wäre ja sonst schade. Das sind immerhin ein bisschen Money, ne? Aua. Mal weg hier. Ich brauche ich nicht. Ich brauche noch eine Mietz und einen Stein. Ich brauche noch eine Mietz und eine Mietz und eine Mietz. Stein. Au. Nein, ach du Arschloch. Hier ist irgendwo ein Ding aufgetaucht. Geh mal weg hier. Diesel dich. Diesel dich. Diesel dich. Jetzt habe ich den Steinschleim rausgefeuert. Ach, ich gehe jetzt. Soll nicht mal da fressen. Das ist mir jetzt Wurst. Bierwurst. Bing. Das können wir dann eigentlich. Mal gucken gleich. Jetzt muss ich mal kurz hier. Moment. Oh nein. Ich habe Mist gebaut. Ich muss kurz meinen Schwenkarm ein bisschen anders da. So. Perfekt. Ah. Ist alles ein bisschen komplizierter momentan hier. Aber das wird schon alles wieder. Zack. Zack. Genau so. Einmal reinfeuern den ganzen Mist hier. So. 700. Wundervoll. Jetzt müssen wir halt auf abends warten. Ich hätte vielleicht einen Plan. Ähm. Genau. Hm. So schnell habe ich halt mein Geld wieder zusammen, ne? Ich sage, wir müssten jetzt eigentlich auf die blöden... Hier warten. Auf die Dinger. Was sind denn diese Phosphor-Slime-Dinger momentan? Wer hat ZEK25? Genau wie die Katzen. Genau wie die Kitties. Ich mache das jetzt mal anders. Erstmal das Geld mitnehmen. Das freiliegendes Geld ist ja immer auch geil. Ähm. Da war der Hund gefressen. Ist hier jetzt kein... Ding ist da, oder was? Kein Kittieslime? Doch, hier. Jetzt kommt es mit. Du kommst mit. Du kommst mit. rein hier. Ich glaube, ich spinne. Einfach hohe Wände rein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Was ist jetzt hier aus? Acht Karotten noch. Wenn die Blots jetzt reingesaugt sind. Und die Karotten hier müssen wieder reif sein. Wunderbar. Jo, 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 jo. Das sind nämlich jetzt schon ein paar mehr. So. Können wir mal gucken, ob wir jetzt noch so... Langsam wird es ja dunkel. Das wird ja jetzt langsam finster, finster. Können aber trotzdem mal gucken, ob wir vielleicht unterwegs noch so ein Slimy kriegen. Das müssen ja die anderen aber auch langsam auftauchen, ne? Diese Phosphor-Fächer. Fängt gleich an, so dem an. Tschüss. Okay. Zwei Hammer. Oh, komm. Einer von Himmel geflogen ist. Zack. Zack. Nein. Mist. Vier Stück. Da fehlen noch drei. Drei Stück fehlen noch. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt hier rein. So. Geh weg. Geh weg. So. Genau. Drei Stück brauchen wir noch. Ne, einen nur noch. Sehr schön. Einen. Ich seh das Geld da rumliegen, ey. Weil ich der Zass da rum... da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Voraus frisst, nehm ich nur mit. Nein, ich will keinen pinken Slime. Nein, ich will keinen pinken Slime. Aber ich nehm mal so ne mit ihm die Leute. Geh mal aus dem Weg. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, was ich noch als nächstes machen sollt oder so. Was ihr gerne hättet in der nächsten Folge. Einfach da wieder mal die Kommentare schreiben. Das wäre super von euch. Und ja, auf jeden Fall. Ihr seht ja, wir müssen jetzt erstmal wieder jede Menge Geld sammeln, um weiterzukommen. Aber wir sammeln uns ja vorweg und vorweg hier. So. Müssen wir jetzt mal die Züge einsammeln. Genau. Eine Herzrübe würde ich auch gerne mal anpflanzen, ne? Tausend haben wir jetzt. Tausend, tausend. Gehen wir raus. Kommt da die Quaterbeeren noch rein. So. Dann noch eine Früchte hier. So, genau. Dann machen wir jetzt auch hier noch. Ein bisschen Plotsammler rein. So, genau. Die haben noch genug. Dann snick ich mir mal das hier. So. Noch ein Auftrag. Ich arbeite an einem neuen Rezept. Kannst du mir helfen? Also. Vier Karotten. Vier Herzrüben. Und drei Quater... Die habe ich doch gerade bekommen. Lol. Ähm. Zack, 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 zack. Also. Drei Quaterbeeren. Vier Herzrüben. Vier Herzrüben. Und drei... Vier Karotten. Oba Allah. Was mache ich denn hier? Kommt ja hier rein. Meine Karotten sind doch nicht ready. Ich müsste mal kurz vier Karotten hier rausziehen. Zack. Ich krieg Kohle. Ich krieg Kohle. Ich krieg Kohle. So. Pass auf. Wir machen das mal. Wir kriegen jetzt ihr Frühlingsgras hier. Betucht. Errungtscher freigeschalten. So. So, das war's. Jetzt mal keine Aufträge mehr. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Drei davon. Ich würde da noch gerne eine reinpacken. Mindestens eine noch. Jena geht's auch gut. Komm, eine packt man rein. Dann geht bei uns hin. Und dann machen wir auch ein paar Cuts für die Folge, würde ich sagen. Bein wir uns mal. Und holen... Oh, hier liegt noch Geld. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das nehmen wir noch mit, das Money. Haben oder nicht haben. Das lebe ich nicht. Ich will nur die Kohle. Die sieht verhungert aus. Die sollte ich mal schnell wegkicken. Ich bring dich an dein neues Zuhause. See. Nee. So. Mal kurz aufzusprinten. Das machen wir mal kurz Ausdauer sammeln. Und dann sprinten wir durch. So. Zack. Super. Ja, 1300. Dann kann ich leben, ey. Ist mega gut. Schon von Anfang. So. Dann haben wir jetzt... Dann haben wir jetzt hier unsere Felsis. Da haben wir die Kiddies. Die werden auch gefüttert. Dann pennen wir mal bis morgen. Tankflüster kaufen wir uns mal. Oh, Sprinterstiefel. So. Hey all. Beatrix, dein Name ist Ottgen. Kennen wir schon. Haben wir gerade schon den Boy. So, dann schlafen wir mal bis morgen. Die werden gerade gefüttert. Denen geht es auch gut. Da, die sind am Wachsen wieder. Da läuft's. Genau. Da liegt genug Futter drin. Die brauchen sich nicht zu beschweren. So. Hier ist auch alles okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir enden mal den Part und sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, was wir als nächstes tun sollen, was wir noch machen sollen. Und ganz einfach, wichtig ist auch, falls ihr das möchtet, ne? Lasst uns ein Däumchen da. Das wäre ein Däumchen. Und wenn ihr doch kein Abonnent seid, abonniert uns. Das ist umsonst. Also bis dahin. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.